Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Dungeon Quest. Genau, Dungeon Quest, die Q-Account. Signing in. Wir sind aktuell noch auf dem selben Stand, okay. Wunderbar, dann können wir auf jeden Fall weiter machen. Dungeon Crawl, wir sind ja immer noch mit unserem Wizard. Wizard, auf Flur 48 mittlerweile. Es sind also noch 152 Flure vor uns. Ich weiß nicht, ob ich es wirklich zum Ende mache. Gucken wir einfach mal, würde ich sagen. Ähm, ja. Achso, ich muss ja immer auf das X drücken. Gut. Auf geht es. Kaufen wir uns erstmal die Map zu Ende. 1200. Teuer, teuer. Stimmt, ich hätte meinen Blaster gehabt, das war das Dumme. Dass ich da meinen Blaster mitgenommen hatte, statt... Ah, ihr wisst schon. Mein anderes halt. Oh, hi. Hi, Mumie. Mein Blaster hat mitgenommen, statt meiner andere Waffe da. Das ist ein bisschen schade. Wow. Was war das denn, bitteschön? Ich re-start ihn mal. Das hat bisher nicht viel gemacht. Warum ich auf einmal tot war, keine Ahnung. Keine Ahnung. So haben wir die Dings gekauft, ne, aber noch nicht. Jetzt haben wir wahrscheinlich wieder 1200. Und wir haben gar kein Gold mehr, merke ich gerade. Kein Money mehr. Ach so, deswegen habe ich verloren, weil diese Dinger weg waren, wieder nach dem, ähm, nach dem, ähm, nach dem Schreien sich die Dinger mal weg. Ich brauche auf einmal ein paar ein neues, eine neue Waffe, weil die ist einfach noch scheiße, dieses Blasting. Kann man sich das aufnehmen? Ach so, selber kann man das... Wir können selber nichts aufnehmen, das ist total dumm, ungefähr. Wir können auf jeden Fall schon unsere, unsere gute Waffe beim Ball, denke ich mal. Eine bessere Waffe. Versteht teilweise, wenn ich warum keine Skills gesetzt werden, gefühlt. Sieht teilweise aus, dass wir wirklich keine Skills gesetzt sind. Das ist egal. Kriegen wir schon irgendwie hin. So, meine Schädel sind wieder weg. Ganz toll. Der Profil ist wieder ein neues Gold. Aber, es ist nicht so einfach. Das ist der, der grüne Punkt. Okay, da will ich hin. Wir rushen wieder durch, kein Problem. Bäm, 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 bäm. Schön, alle voll schleimen. Ich weiß gar nicht, was es soll. Warum haben wir so einen komischen... So einen komischen Wirbel? Das Zittert Käse eigentlich. Ach, Wurmkeuer, das ist schon der Boss gewesen. Das wurde eingefroren. Wir müssen auf jeden Fall uns alle Waffe zulegen. Wir haben jetzt so einen beschissenen Wirbel, der einfach nichts taucht. Schauen wir auf, warum wir den Wirbel haben. Naja, egal. Auf jeden Fall brauchen wir eine andere Waffe. Definitiv. Definitiv, definitiv. Vielleicht sollte man diese Map jetzt wirklich mal komplett abchecken. Ob es noch mal was Schönes gibt. So viel Powerful. Ich brauche unbedingt eine andere Waffe. Dumm, dass ich die andere weggelegt hatte auf einmal. Weiß nicht warum. Warum ich das getan habe. Aber warum dieser Scheiß Wirbel die ganze Zeit ist. Ein Rare Ring. Ein Rare Skull. Das Skull ist aber nicht, dass wir sie suchen. Noch ein Mutzleim. So schön. Petal Blub. Yay. Ein Rare Tone. Okay. So nicht dieses Dinger, die ich machen kann. Naja, das ist ein Summon. Das ist nicht mein Gewünschtes. Ach, das macht der Wurbel. Okay. Ja, doch. Das ist auch nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Muss ich ja wirklich einzusetzen wissen. Er wurgelt halt alle Monster zusammen. Der ist ganz schlecht. Na, ein bisschen cool. Dann hat er schon. Bam, 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 bam. Alter, oh, fett. Richtig fett. Richtig, richtig fett. Ach, hier war mega auseinandergenommen. Den Typen. Krasser Shit. Tschuuu. Doch, der hat schon zu dir, muss ich sagen. Der. Oh. Nein, noch nicht. Das ganze Zeug mitnehmen soll. Jetzt kann ich rein. So, jetzt continue. Ja, vielleicht müssen wir uns auch nicht wirklich jedes Mal die Dings kaufen. Die fertigen, fertigen Maps. Wenn wir so wieder, obwohl wir haben schon wieder genug Gold. Egal. Wir machen trotzdem hier weiter. So, wir machen mehr Power. More Power. Und irgendwann verschwinden meine Dings immer wieder. Meine. Meine Schädel. Warum auch immer. Kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Egal. Wir können sie ja neu rufen. Ist ja auch kein Problem. So. Da haben wir auch. Oh, da haben wir da. Schön. Champions. Die haben aber mal zerstört wurden gerade. Heftig. Oh, nächste. Der nächste, der nächste, der nächste. Alter. Epic Child. Okay. Ein episches Schild. Doch, der hält ziemlich viel, muss ich sagen. Der ist cool. So, ein Epic Child. Bash. Hast du für ein Warrior. Scheiße. Das ist auch wieder nix zu uns. Ist das hier? Rare Cap. Der Map. 111% Enemy Leech. Was auch immer was heißt. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Wir gehen auf jeden Fall nicht hin. Zumindest in mal eine falsche Richtung gelaufen. Aber macht ja nix. Wir müssen ein bisschen Gold ranholen. Den Stash. Wir werden die ganze Stashes noch haben. Die anderen Stashes. Da musst du natürlich ein paar mehr Gegner besiegen, ne? Da war schon wieder Mythstone. Ich weiß gar nicht, ob wir die Europa benutzen werden. Irgendwann mal gucken. Ah, ein bisschen viel Gegner gewesen für meinen normalen. Noch ein Mythstone, noch ein Mythstone. So viele Mythstones. Mich alle behalten. Und schon wieder Sackgasse. Was ist los? Ich glaube, wir werden immer in die richtige Richtung, ne? Ich habe es total drauf, immer in die Richtung zu laufen, wo es nicht lang geht. Das ist total komisch. Ich weiß auch nicht warum. Das ist komischerweise so. Ich habe schon immer so ein Skill gehabt. Genau dahin zu laufen, wo es nicht lang geht. So, trotzdem fühlt uns auch der Bots-Gegner. Ey, der wäre bestimmt echt cool, muss ich sagen. Der ist richtig nice. Der hat auf jeden Fall Steal. Macht er Damage ohne Ende und drückt Damage wie Kloppt. So, money, money, money. Kleiner Hundi. Na, ich denke mal, hier in dem Raum wird es sein, oder? So, nächster, das ist der nächste Rare Ring. Da ist wieder was? Piu, piu, piu. Raiden, da ist er ja. Da war er ja, meine ich natürlich. Alle, wie schnell die geschmolzen ist, Wahnsinn. Money, money. Weiter geht's. Nächster Flur. So, by now Halo. Da wollte ich schon sagen, irgendwann müsste da mal wieder so ein Boss kommen. Maluma Anges, der Devourer. Ich mache aber gar nichts, leck mich. Der macht das schon. Ach, da ist er. So, wann kommt er? Da hinten ist er. Ätzend. Ich gebe mir so ein bisschen auf den Sack. Da ist er ja. Stirb. Money, 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 money. Sehr nice. In neun Minuten haben wir echt eine ganze Menge an Flur geschafft, Alter. Fußball Manager, what the fuck. What the fuck. So. Ich weiß gar nicht, was ist denn das? Ist das Frost, oder ist das... Mal gucken. Sind die resistent dagegen? Nö. Aber können wir ruhig durchbrechen damit. Coole Sache. 5 Millionen gehen da drin. Das ist so krass. Holy shit. Wirklich cooler Zauber, muss ich sagen. Gefällt mir. Von der die halt alle wirklich zusammensammelt. So, mein Hund wäre total cool, wenn du das ganze Money aufsammeln würdest. Aber macht ihr nicht. Ist das Sound nicht total cool? Klingt mega awesome. Gilead. So hast du da gewesen mit Gilead. Aber gar nichts hinterlassen. Lull hat der hinterlassen. Nothing. Sorry. So, ich höre mal. Nächstes Schrein. Viel Powerful. Das sind meine Dings. Ich weiß nicht, warum die Schäle immer weg sind dadurch. Keine Ahnung. Sehr, sehr merkwürdig. Ob wir mal mit dieser Wurbel sehr, sehr viel Erfahrung, weil er einfach mal alle Monster killt. Richtig awesome. Okay, falsche. Heute richtig wieder mal. Ein Blast benutzt sich aktuell gar nicht mehr. Weil der eigentliche Käse ist. Er kann das nicht machen, diese Blast. Kill Enemies, Spawn Magic. Na zack, nimmt mit. Das Ganze würde ich ja geliebend gerne mitnehmen, aber es ist so langweilig, es ist auch zusammen da oben, ist es gewesen. Naja. Wir müssen auch die ganzen Dinger aufsammeln, die, ähm, oh, so gehen wir wieder Potions dafür, auch wenn wir sie eigentlich gar nicht brauchen, weil wir immer noch mal 20 Potions haben. Ist egal, ist egal. Ist egal. So, wir haben ein Myth Stone, wieder ein Epic Ring. Einen Rear Ring. Broadway und gekillt. EC. Wieder ein Myth Stone. Ich weiß gar nicht, weiß ich. Ja, mal gucken, ob ich damit überhaupt später was mache. Kletcher und Grenzen. Total unbekanntes Spiel, habe ich gehört. Kenne ich gar nicht. Open Chest und da gibt es den Mega Chest dafür. So. Wow, hier war echt eine ganze Menge drin, ne? Ich finde Kristalle, 150 Kristalle. Krasser Shit. Krasser, krasser, geiler Shit. Okay, das war schon wieder gewesen. Sackgasse, noch ein Myth Stone. Komm her, hier. Gibt es schon auch achievements dafür oder Challenger? Wie das, wie sie es ja nennen. Bam, bam, bam. Mehr Wirbel, mehr Wirbel. Oh, ein Enslaver, da haben wir ihn ja wieder mal. Hallo Enslaver, was geht ab? Spawn Legends, da ist ein Legend. Char of Nix. Das ist eine Legend-Einheit gewesen, die gespawnt wurde. Ich weiß nicht, ob mir das jetzt überhaupt was gebracht hat. Aber ich habe zumindest ein paar in Clever gekillt. So viele um das, äh... Ihr wisst schon. Mir fehlt gerade das Wort. Ist ja auch egal. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, frosty. Oh, frosty. Ich kriege es da richtig geil ab. Richtig geil, frosty, bist du. Ähm, 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 ja, die Challenges, genau. Challenges. Buy now Adventure Dock. Ich würde ja gerne wirklich mal einen richtigen, richtig guten Dock haben, aber... Oh, was haben wir hier? Find more. Zack. Gold Explosion. Hier ist die Gold Explosion aktuell. Weil wir gerade, äh, 200.000 Gold gesammelt haben. Gab's jetzt eine richtig fette Gold Explosion. Die uns ordentlich Geld gebracht hat. Oh, hi, Ice Lime. Tschüss, Ice Lime. Noch einer, Ice Lime. Die Splitten, um zu mir zu kommen. Noch einer. Und noch einer. So, nochmal. Large Loot. Find rare Items. Ah, ja, 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 Mann. Ist das cool hier. Nochmal 370.000 Hero Points. Gucken wir gleich mal an. Na, weiter Richtung wieder. Logo. Muss ja sein. Wäre ja sonst langweilig, wenn ich in die richtige Richtung laufen würde. Beim nächsten Mal werde ich mir wieder die richtigen Karten kaufen. Ich habe jetzt wieder 34.000 Gold in so kurzer Zeit gemacht. Das reicht auf jeden Fall. Ich werde sogar ein Attack, es load ist das ätzend. Ekelhaft ätzend ist das. Okay, schon wieder nix. Wieder nichts. Okay, den Floh machen wir jetzt noch zu Ende. Zack. Ich liebe den HP-Lead. Das ist wirklich extrem gut. Ich laufe dem Ding einfach mal hinterher. Und hoffe mal, dass wir wirklich ganz, ganz viele gute Items spawnen. Cool. Warum auch nicht. Geht hier noch lang? Da geht es immer noch lang. Weil viele Gänge es hier gibt. Wahnsinn. Da ist er. Flox ist hier. Der war hier. Ne, doch immer noch. Da ist er noch. Das war es aber. 37 Hero Points. Man kriegt also Hero Points, wenn man diese Bosse besiegt anscheinend. Auf jeden Fall Leute, warst du das erst mal gewesen mit einer weiteren Folge von... Ich vergesse mal, wie das Spiel heißt irgendwie. Dungeon Quest. Verzählte mich gerade den Spielnamen vergessen, aber ich bin gerade irgendwie ein bisschen verwirrt irgendwie. Egal. Ja, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Bye, bye.